Ja, alles gut, bleiben Sie ganz ruhig. Raus, raus da jetzt, Jo! Ganz ruhig! Raus da, sofort raus, Jo! Raus! Ich tu halt, ihr Arsch! Schau dein Handy weg! Los! Auf die Knie. Komm gleich jemand, der will mit dir reden. Geht passiert. Kommt ihr Leben raus, Mann. Machst du Scheiße, hast aber ein Problem, Jo. Ganz ruhig. Such deine Knie erstmal drüber, Mann. Hast du ja nicht irgendeine scheiß Rechnung noch auf... Ich überleg' gerade... Also... Ja, wir haben da... Also, Bishop, der grad Sprüche geklopft hat, ne? Der kommt... Ja, wie heißt der? Schuldet dir noch jemand Geld? Gerade nicht. Der Kollege von Washington, so'n Blondie... Was geht ab, Meis, Nickers? Alter! Ey, was geht ab, Meis, Appei! Der Lösen. Welcher Cop macht Stress? Mit wem hast du was laufen? Ja, Washington. Das ist so'n Blondie. Mhm. Bleib an das Telefon. Das ist der, der den Polizeikontroller gemacht hat, der mich weggeschickt hat. Ja, ich hab' gerade keine Zeit. Den ich eingeschissen hab', der soll mal nicht sein. Geht grad nicht. Du brauchst doch deinen scheiß BMW, oder? Theoretisch hab' ich... Safe, wir machen... Dealvorschlangen. Du deinen scheiße BMW, wir unsere Karre. Wenn wir diesen Washington entführen, dann kann er da hinkommen mit dem scheiß Stimpferzehrer und der Maske und kann ihn doch zusammenschlagen, oder was das nicht, oder was er für eine Rechnung hat. Deal. Hm? Deal. Machen wir? Machen wir's. Na, holt. Pass auf! Du hast doch ein Problem mit dem scheiß Officer, oder? Mhm. Hast du Bock auf'n Deal? Ich hab euch eben nen Deal angeboten. Ja, ich büsch dir einen besseren an, Mann. Okay. Rufen wir alles an. Das ist ne Win-Win-Win-Situation, verstehst du? Mhm. Das scheiß ist geil, Mann. Pass auf, wir organisieren hier gefesselt den Affen von Officer. Deine Gasse rufen dich an, und du kannst hier den vornehmen. Zieh dir ne scheiß Maske an, Alter. Stimmt, was ja? Ist mir scheiß egal. Kannst du deine Rechnung begleichen. Im Gegenzug kriegt er sein BMW und wir unsere Karren. Reicht mir, wenn mir den Typen von mir aus, keine Ahnung, ne Abtreibung gibt, die mal auf die Fresse haut und gut ist. Sagt mir Bescheid, wo ihr das macht, oder dass ich das nicht mehr sehen kann. Oder irgendein Beweisfoto, das auf dem Rollen liegt. Und dann kriegt ihr von mir aus zwei Karren. Dann organisieren wir dir den scheiß Officer. Geben denen auf jeden Fall einen Stempel. Du rückst den BMW raus. Und ne Karre für uns. Und dann hast du uns für die nächsten Monate. Wenn du immer was brauchst, schreib sofort ne Nachricht. Mit den beiden Karren ist gar kein Problem. Mit dem BMW werde ich mir was anderes überlegen. Ja Roman, wir bieten uns für mehrere Wochen an. Ja, mehrere Wochen. Monate. Außerdem können wir ja ewigen Knast gehen für die Scheiße, Mann. Wollen wir den irgendwo hinbringen, wo du den mal besuchen kannst? Nö, das mach ich nicht. Reicht wenn ihr den auf die Schnauze haut? Das hat ein Bono nicht, das reicht mir schon. Ein Bild reicht mir dann auch. Ich will damit nichts zu tun haben. Diva, ich hab ne Karre! Und das ohne Geld, sondern nur mit RP. Das müssen wir aber auch liefern, Alter. Sonst ist die wieder weg, Mann. Blonde Haare, schwarze Klammern. Ich meine, der fährt auch den Jeep. Explorer. Unterschiedlich. Ihr wisst, wie wir das irgendwie vorhaben. Wir müssen den irgendwo in eine Region kriegen, wo er vielleicht an der Ampel steht, einer hat nur über Rot. Lässt dich gleich rauspullen. Ich zieh mal mein T-Shirt aus und leg's mal hier hin. Ja, ich würd mich auch mal im Umziehen gehen lassen. Nein, ich bin da. Du fährst also dann über Rot oder irgendwas? Ja, ich fahr rüber Rot, der soll mich anhalten. Ich steig aus, halte den Knarre ins Gesicht und sagt, er soll seine Fresse halten und auch knall ich ihn ab. Ja, aber dann verfolgt den. Verfolgt den weiter. Was? Wir kommen dahin. Ja, voll, voll. Steigt ein. Steigt ein, Leute. Steigt ein, steigt ein. Er hat ihn, er hat ihn. Jetzt ab, Mann, auf den anderen Highway. Fahrt rechts ab. Aber nicht so, dass die flüchten, sonst rufen die Verstärkung. Ja, die halten ja an. Na, mich mal noch. Maske, Maske. Fuck! Shit, Mann. So dumm auch stehen zu bleiben, aber wenn wir davor gefahren wär auch scheiße gewesen, Alter. Ja. Ja, ja, ja. Bis. Schreib ihn. Oder? Ja, das passt, Mann. Ja. Ich werd mich anhalten lassen bei der Garage in der Nähe, dann. Nee, so. Als Ort, Mann. Da vorne, da vorne ist die. Ich fahr dich jetzt diesmal an. Funkst du einmal? Ja, alles gut, bleiben sie ganz ruhig. Raus, raus da jetzt, Jo! Ganz ruhig. Raus da! Sofort raus, Jo! Raus! Mach dein Handy weg, Mann. Schock dein Handy weg. Los! Ne, lass den anderen scheiß Kopf hier, Alter. Verpiss dich. Lauf die... Sollts auf dem Bürgersteig gehen. Auf dem Bürgersteig. Nimm den Block mit. Nimm den Block mit. Rein da jetzt! Hinten! Hinten einsteigen. Also hoffen sie sich denn davon. Rein da jetzt jetzt, Jo! Halt dir die scheiß Waffe an. Ich stehe, mach keine Fakten, Digga. Ich, mach ich. Ich, mach ich. Ich, mach ich. Dann kommste hier auch leben draus. Dann kommst du auch leben draus, Jo. Willst du leben hier rauskommen? Natürlich. Dann schiebt kein Stress, Alter. Ich bin ganz ruhig. Solange sie ruhig bleiben, will ich auch ruhig. Können sie die Ware vor meinem Kopf nehmen? Nee, 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 noch nicht. Keine Fakten, Mann. Ich mach nichts. Hä, dir wird auch nichts passieren, wenn du nichts machst. Wenn du ja, dann haben wir hier Blut vorne. Haben wir Gehirn an der Scheiße. Hab ich kein Interesse, ich will nach Hause. Jo. Kann das sein, dass sich ein paar Bürger nicht so leiden können. Das bringt der Job so mit sich. Ja. Man kann es nicht jedem recht machen. Man kann auch ein bisschen netter sein zu den Leuten. Auf die Knie. Komm gleich jemand, der will mit dir reden. Ihr passiert. Kommt ihr Leben draus, Mann. Hast du Scheiße, hast aber ein Problem, Jo. Ganz ruhig. Ja, such deine Knie erstmal ruhig, Mann. Ich hab sie auch mal ne längere Zeit gesucht, Jo. So war ich voll high, Alter. Hey. Oh, Bruder, du hörst, Mann. Schlauer Bulle. Pass auf, ich taste dich jetzt noch mal ab, ob du irgendein scheiß Funkgerät oder sonst was hast, oder? Ruf die anderen an. Hey. Hey, runter, runter. Wieder runter, Mann. Permanent, Alter. Immer unten bleiben. Was schaffst du, Boy? Von wem kommen sie denn? Runter. Warst du jemanden frech, Mann? Von der Straße, Bruder. Ja, runter, Mann auf die Scheißknie, Motherfucker! Bin ich doch, ganz ruhig. Und ihr seid die Robin Hoods? Der Straße, oder? Das ist richtig. Bruder, die Straße ist hart, verstehst du? So'n Ding ist das. Du brauchst halt ein bisschen Kohle, Jo. Du hast genug zu essen. Was steht auf dem Namen Schild drauf? Steht auf Washington drauf? Ist er das? Von Optik ist es ja. Warte mal, ich hab ne Idee. Schreib mal ne Nachricht kurz. Hey, Officer. Na? Lach mal, das ist das Foto vorher. Ja? Ja. Ich hoffe, dass nachher Foto... Ach! Nein! Mach kein Foto! Mach kein Foto! Mach kein Foto! Mach kein Foto! Du bist das im Schild dran! Oh... Ich muss das... Ich muss das auf den Leuch. Ey, Pai, bist du es? Scheiße! ich war sauer drauf ja waffen fehlfunktion wann hast du zuletzt seine waffe geputzt das war ja aber ich habe dort getroffen das geschoss sichere weste man der muss noch ja okay ja bruder eins ist klar alter bist du noch weiter so frech zu leuten ja wo wir dich wieder wir schicken ihren arzt ja du hast ein paar strahlschüsse schon in der schulter gekriegt aber das ging nur an die scheißweste rein bastard ja ja eigentlich wollte ich den feilchen hauen aber bruder die scheißwaffe ich kaufe keine mehr von der straße ich gehe nur noch lizenzierte waffenladen bruder 837 85838 75838 ja man holt mal einen arzt das soll ja nicht verrecken das soll ja noch das sollte eine abreibung sein alter ich mach mal ein foto danach der foto vorher ging noch durch ja das hast du gut geschossen das foto heiße auf twitter haben die mir nichts geschrieben officer ich hoffe du bist washington wenn ich habe ich ein problem hat er gesagt ist okay war der richtige ja war der richtige aber irgendwie beim fleischer wirklich nicht weder okay und war der richtige bei gibt mir dein tank top naja ich zieh die scheiße durch mann ich brauche was zu rauchen den verband dass sie nicht verblutet ich bin nervös alter ich zieh noch eine kippe und noch eine kippe mann die scheiße auf alter werde ist auf jeden fall so verbandagiert dass sie kann nicht verbluten ich wollte jetzt weiterhelfen kollega wie 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 kann der wie ja auch wie man hat den einfach umgebrotter wie alter hat die scheiße fein Danke, doohoho. Schnell dich an Mann, ich muss mich anzuschneiden. Ich muss ein Autowächsinn oder so. Fuck Mein auf Fansch ... Jou die so? Wir haben ehh ... Richter oder sein Auto automarsch? Wir haben einen Bullenautomarsch. Ähh in den Hills gibt es noch Fuck man, ich hatte keine Maske an. Ich bin der Hairsack. Mit diesem Bullshit-Auto, keine Ahnung, Kombi, ne mann, wir fahren jetzt in den Norden. Jo wir brauchen Hilfe, und der Heli ist auch am Marsch, Alter. Der Heli ist auch über uns. Jo Hilfe! Wie heißt die Straße hier gleich? Der Highway da. Ey hörst du? Oh Buffalo, Buffalo, Buffalo! Halt aufgelegt. Yo Shit, verpisst euch, yo! Vor uns ist ne Baustelle, ne große. Scheiße, ich weiß, du verlängst, ich kenn mich hier im Norden nicht aus. Hier ist so ein Sendemasten, großer. Scheiße, Alter. Jo, wir fahren den ganzen Kreis, man, könnt euch ein bisschen beeilen vielleicht. Fahr links, fahr links. LFPD, stop your vehicle now! Jo, wir haben zwei Autos am Marsch, man. Yo Shit! Driver, stop your vehicle! Ne, wir sind grad an der Baustelle vorbei und vor uns so hoch. Boah! Das ist die LFPD, stop the fucking car immediately! Jo, halt das Maul, wir halten dich an, man! Wir sind auf der Baustelle, jetzt fahren wir wieder runter. Das ist die LFPD, stop the fucking car immediately! Die haben wir mal! Wir sind am Marsch, jo. Leg auf. Jo, alles cool, alles cool, ihr braucht uns nicht bedrohen, man. Bis zum nächsten Mal.